Orhan Gen Cebay ist ein türkischer Sänger, SAZ-Virtuose und Schauspieler. Seine freie Interpretation der Arabeske prägte die türkische Musik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend mit. In der Türkei gilt er als Kultfigur und verfügt über eine breite Fangemeinde, die ihn Orhan Baba nennt. Er ist als Songwriter, Texter, Arrangeur und Produzent tätig, hat eine Reihe von Alben herausgebracht und in mehreren Filmen mitgewirkt. Er verkaufte über 65 Millionen Tonträger. Gen Cebay beherrscht viele Instrumente, unter anderem die SAZ. Orhan Gen Cebay erscheint in Fatih Ackens Dokumentarfilm Crossing the Bridge – The Sound of Istanbul von 2005, Leben. Orhan Gen Cebay wurde am 4. August 1944 in Samsung geboren. Im Alter von sechs Jahren begann er das Spielen der Violine und Mandoline zu lernen. Seine erste türkische Laute, die SAZ, bekam er mit sieben Jahren. Als 13-jähriges Kind erlernte er das Tanbö spielen, welches zu einem der vier Grundinstrumente der türkischen Kunstmusik gehört. Ab 1958 konzentrierte er sich stärker auf das Komponieren eigener Werke. In diesem Jahr entstand sein erstes Werk um Datitri Jengson zu Zbih Ero Alefsen. Während seiner Schulzeit spielte er in verschiedenen Musikgruppen innerhalb der türkischen Kunst- und Volksmusik mit, gab musikalische Lehrstunden und half bei der Errichtung von Volkshäusern einem staatlichen Bildungsprojekt in Samson und Istanbul. Im Alter von 16 Jahren interessierte sich Gen Cebay für Jazz, lernte das Tenor-Saxophon spielen und trat einem Blasorchester bei. In Istanbul studierte er vier Jahre an einer Musikhochschule. Während seines Wehrdienstes bei der türkischen Armee spielte er Saxophon in der Brassband des Militärs. Diskografie, Filmografie www.saxophon.de